Das Abluftventil wird mit einer Vierteldrehung gelöst und kann dann abgenommen werden. Der gebrauchte Filter wird sichtbar und einfach durch einen neuen Filter ersetzt. Der Filter sollte aus hygienischen Gründen halbjährig kontrolliert und jener Verschmutzungsgrad ein bis zwei Mal pro Jahr gewechselt werden. Das gebrauchte Filterelement kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden. Durch die regelmäßige Wartung und den Wechsel der Filter kann einer Verschmutzung des Rohrsystems vorgebeugt werden.